Wie Sie in diesem Abschnitt bereits erfahren konnten, ist Metering nicht gleich Metering und 0dB Full Scale nicht überall 0dB Full Scale, sondern auch manchmal ein Over. Bevor Sie sich ein Metering zulegen, kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, es mit anderen Geräten oder Software zu vergleichen und auf Herz und Nieren zu prüfen. Mir sind einige recht teure Geräte bekannt, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen.